Zukunftsmusik hier in der Nestle Deutschlandzentrale in Frankfurt. Der wichtigste Raum im Zuhause vieler Menschen, die Küche, wird hier in digitale Tage nach vorn projiziert. Vernetzter Kühlschrank, internetfähige Bildschirme und damit Zugang zur größten Datenbank der Welt, dem Internet. Rezepte, Online-Supermärkte oder neueste Trends. Der Lebensmittelpunkt für die Millennials, so könnte er aussehen. In der Küche der Zukunft werden Sie auch sehen, dass wir die Chance haben, eine Person zu Hause zu unterstützen in der Überlegung, was koche ich heute Abend, in der Art und Weise zu benutzen, was ich in meinem Kühlschrank habe und damit ich etwas Kreatives vielleicht auch als Gericht anbieten kann. Und so könnte es ablaufen am Zukunftsherd. Kameras oder der Kühlschrank selbst erfassen die vorhandenen Lebensmittel, empfehlen Zubereitungsmethoden und posten gegebenenfalls direkt in die verknüpften sozialen Medien, was der Koch fabriziert hat. Web-Videos oder Chatbots helfen interaktiv bei der Zubereitung. Abgelaufene oder verbrauchte Produkte werden sofort und automatisch vom Kühlschrank nachbestellt. Im Single-Haushalt entsteht die Präsenz einer ganzen Küchenmannschaft. Alles nicht mehr so weit weg. Die Lieferung per 3D-Lebensmitteldrucker ist allerdings wohl das noch futuristischste Feature hier in der Küche der Zukunft.